Was wir heute richtig gut gemacht haben, war ein super Abschluss, glaube ich. Wir waren mit dem Ball sehr, sehr stark. Wir waren aggressiv, wie wir es in der Saison brauchen werden. Von dem her bin ich sehr, sehr zufrieden. Danach waren noch ein paar Läufe im Regen. Hat auch ein bisschen Spaß gemacht, aber es gehört dazu. Die Mannschaft ist fit. Hat man, glaube ich, auch gesehen. Wir haben sehr gut gegen den Ball gespielt. Na, ich bin sehr zufrieden. Ja, schon sehr. Wie schon gesagt, der Abschluss war perfekt, finde ich. War richtig gut. Letztes Spiel haben wir noch ein paar Probleme gehabt. Ich glaube, das haben wir heute wieder besser gemacht. Von dem her können wir sehr zufrieden sein und auch guten Gewissen nach Hause kommen. Ja, ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Hat Spaß gemacht heute. Ich glaube, wir haben gute Lösungen im Ballbesitz gehabt. Echt schöne Tore aus Süd. Der Verstoß, was ein bisschen schalt, dass der Regen gekommen ist, dass es schwierig war zum Spielen. Ich glaube, ein ganz guter Test und wir können zufrieden sein, dass wir jetzt das Trainingslebnis abgeschlossen haben. Ja, hat alles gepasst. Natürlich war es eine lange Zeit. Wir haben sehr intensiv trainiert. Teilweise sind wir schon an unsere Grenzen gekommen. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemanagt im Großen und Ganzen. Im Auto hat gepasst. Essen hat auch gepasst. Plätze waren gut. Im Großen und Ganzen können wir, glaube ich, eine positive Bilanz rausziehen. Zumal. 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 Zumal.